Auf Wolke sieben sitzen auch nur Frösche. Von Britt Gerken. Es liest Verena Wolfin. Prolog Ist es mehr als nur Freundschaft? Verbringst du mehr Zeit mit deinem besten Freund als mit deiner besten Freundin? Ist eure Bindung so eng, dass kein Blatt Papier zwischen euch passt? Beschleicht dich manchmal der Gedanke, dass da mehr sein könnte als nur Freundschaft? Dann mach mit bei unserem Test und finde endlich Klarheit. Ist es der beste Freund oder die Liebe fürs Leben? Aus dem Psychotest der Modern Woman. Juni-Ausgabe. Genüsslich leckte ich den Rührlöffel ab, an dem noch ordentlich Schokoladenteig klebte. Die süße Masse umschmeichelte meine Geschmacksknospen. Die Herbe des Rohkakaos wurde von einem Hauch Bourbon-Vanille und der Karamellnote von braunem Zucker abgemildert. Der fertige Tortenboden würde mit der süßsauren Himbeersahne und der massigen Pistaziencreme perfekt harmonieren und ein farbenfrohes Prachtstück von Torte ergeben. Teignaschen war und ist für mich das Schönste am ganzen Backen, im Gegensatz zum Aufräumen danach. Mein Blick wanderte über das Schlachtfeld, in das ich unsere WG-Küche regelmäßig bei meinen Backsessions verwandelte. Bei meiner Oma gehörte früher jeden Sonntag ein anständiges Stück Torte auf den Tisch und das wöchentliche Backen lief durchchoreografiert wie ein Auftritt des deutschen Fernsehballetts ab. Vom Fußboden hätte man essen können, so sauber hinterließ sie ihre Bühne. Bei mir hingegen türmten sich aufgerissene Packungen, offene Schraubgläser, verklebte Schüsseln und Löffel auf der ganzen Arbeitsfläche. Mehl, Kakao und sogar ein, zwei Eierschalen waren über den Fußboden verteilt, sodass man glatt hätte glauben können, ich verteilte beim Backen rituelle Opfergaben an Mutter Erde. Ich gab mir einen Ruck und machte mich mit einem theaterreifen Seufzen ans Aufräumen. Ein Stockwerk unter mir ertönte Bella Bimba, das einzige Flötenstück, das die kleine Tochter unserer Unternachbarin spielen konnte. Voller Inbrunst blies sie in ihre Blockflöte und sobald sie am Ende des Liedes angekommen war, fing sie wieder von vorne an. Wie gerufen näherte sich vom Wohnungsflur eifrig surrend unser Saugroboter. Er rumste zweimal gegen den Türrahmen, so als hätte er Wodka statt Strom im Akku. Endlich fand er den Weg in die Küche, wo er sich begeistert über Kakao und Mehl hermachte. Doch ich traute meinen Augen nicht, als ich sah, dass Kalle, meine ägyptische Landschildkröte, auf ihm saß und drohte herunterzufallen. Mit einem Satz war ich beim Staubsauger, packte mein Haustier mit beiden Händen und beendete damit seine Ausfahrt auf dem Gerät. Tom, rief ich. Was soll das denn? Normalerweise mögen Schildkröten nicht gerne hochgehoben werden, doch Kalle und mich verbannt die Geschichte einer dramatischen Rettungsaktion. Ich hatte ihn in einem Müllcontainer gefunden, in den ihn ein Tierquäler hineingeworfen haben musste, nachdem er Kalles Panzer mit einem spitzen Hammer zertrümmert hatte. Seit ich Kalle gesund gepflegt hatte, war er zutraulich wie ein kleiner Hund. Was macht er denn wieder mit dir, mein armer Liebling? Ich schaute Kalle tief in seine weisen Augen, als dieser vorsichtig das Köpfchen aus dem Panzer schob. Er ruderte mit seinen Stummelbeinchen und streckte den Kopf noch etwas weiter heraus. Tom, rief ich erneut, dieses Mal etwas schärfer. Doch mein bester Freund und Mitbewohner reagierte nicht. Ich nahm ein Salatblatt aus dem Kühlschrank und hielt es dem kleinen Kerl auf meinem Arm vor die Nase. Sofort rupfte Kalle ein Stückchen davon ab. Ich setzte ihn auf den Küchenfußboden und ließ ihn fressen. Der Roboter beseitigte die Mehl- und Kakaospuren in der Küche. Ich warf noch die Eierschalen in den Müll. Das letzte Grün verschwand in Kalles Mäulchen und er reckte erwartungsvoll den Hals. Ich setzte ihn mir auf den Unterarm und gemeinsam stiefelten wir über den Flur zu Toms Zimmer hinüber. Wie üblich war die Tür nur angelehnt. Hektisches Mausklicken, Schüsse und Detonationen, Schreien und Stöhnen schalten mir entgegen. Tom! Ich streckte den Kopf durch seine Zimmertür. Er war voll auf sein Computerspiel konzentriert und wandte sich mir nur kurz zu. Na? Fragte er so gut gelaunt wie üblich. Tom surfte auf einem Board der Unbedarftheit und Sorglosigkeit durchs Leben, was mich je nach Stimmungslage neidisch machen oder, so wie jetzt, in Rage versetzen konnte. Er merkte doch einfach gar nichts mehr. Na? Erwiderte ich und legte dabei ein Grollen in meine Stimme. Hast du Kalle auf den Staubsauger gesetzt? Was? In einem Affen-Tempo hämmerte er mit links auf die Tastatur, während er mit rechts in einem irren Staccato die Maus anklickte. Ob du Kalle auf den Roboter gesetzt hast, rief ich gegen den Lärm an. Er hätte sich übel verletzen können, wenn er heruntergefallen wäre. Was? Nö. Unbeeindruckt metzelte Tom ein Monster nieder, das sich ihm in den Weg stellte. Blut spritzte. Die Gedärme quollen hervor. Die Bestie stieß einen erschrockenen, fast empörten Schrei aus, dass sie jetzt tot war. So etwas würde ich doch nie tun! Sein Avatar fuchtelte auf dem Bildschirm beidhändig mit Macheten herum, während die gereizten Kumpels des getöteten Monsters auf ihn zustürmten. Doch ich sah ein kleines Grinsen auf seinem Gesicht aufflackern. Du würdest und du hast! Er ist ganz bestimmt nicht alleine auf den Staubsauger geklettert! Sanft kratzte ich mit dem Zeigefingernagel Kalle unter dem Kinn. Du armer Kerl! Ich drückte ihm einen Kuss auf die Nase, woraufhin er den Kopf ruckartig in den schützenden Panzer zurückzog. Tom sah das aus den Augenwinkeln und lachte. Der Prinz will wohl noch nicht erweckt werden. Da musst du vorher erst weiter mit mir Vorlieb nehmen! Ich hielt abrupt mit den Liebkosungen inne und schluckte. Trotz meines Ärgers auf Tom hallte ein ungebetener Gedanke durch meinen Kopf. Nichts lieber als das. Fuck! Tom schubste seine Computermaus beiseite. Eine traurige Melodie ertönte. Auf dem Monitor erschien ein mit verschnörkelten Ornamenten verziertes Schild, auf dem Game Over stand. Tom seufzte und streckte sich ausgiebig, dabei knackte ein Schultergelenk. Sein T-Shirt rutschte hoch und gab einen blassen, mit rötlichem Haarflaum bedeckten Bauch frei. Mein Blick fiel auf die Fotowand hinter Tom, die ich ihm vor einigen Jahren zum 30. Geburtstag gebastelt hatte. Wir beide als Kinder, nackig, planschend am Badesee. Tom an seinem ersten Schultag, mit verstolzglühenden Wangen und einer Schultüte im Arm, die beinahe so groß war wie er. Dazu Bilder von verschiedenen Geburtstagen, Ostern, Weihnachten. Unten hatte ich die ältesten Aufnahmen hingeklebt, oben die jüngsten. Da ich nur wenige Fotos von früher besaß, wurden es nach oben hin immer mehr Bilder. Rechtsaufnahmen von mir, links von ihm. In der Mitte gemeinsame Freunde und Verwandte von mir, die Tom wie ein Familienmitglied aufgenommen hatten, als er über Nacht plötzlich Mutterseelen allein war. Die Spitze der Komposition bildete jeweils ein aktuelles Foto von ihm und von mir. Das Ganze hatte insgesamt die Form eines Herzens bekommen und hätte im Foyer einer Hochzeitsgesellschaft stehen können, was keineswegs beabsichtigt war. Da hatte mein Unterbewusstsein wohl mit Klebestift und Fotokarton eine kleine Liebesbotschaft produziert, bevor ich realisiert hatte, dass ich mehr als nur Freundschaft für ihn empfand. Es war einfach so passiert. Ohne besonderen Anlass hatte ich begonnen, meinen besten Freund mit anderen Augen zu sehen. Als hätte ich eine Brille aufgesetzt, die mit einem speziellen Filter versehen war, der ihn attraktiv und begehrlich erscheinen ließ. Wie diese roten Lampen über der Fleischtheke, die jedes gräuliche Schnitzel in ein appetitliches Rosa tauchen. In letzter Zeit ertappte ich mich öfter bei Tagträumereien, in denen wir beide die Hauptrolle spielten. Er und ich und ein kleiner Rotschopf mit Sommersprossen auf einer Schaukel in einem Garten, in dem auch noch Platz für ein großzügiges Kalle-Frei-Gehege war. Tom folgte kurz meinem Blick auf die Fotowand, kratzte sich gähnend die Brust unter seinem Shirt und nahm mir mit beiden Händen die Schildkröte ab. Kalle blinzelte zaghaft aus seinem Panzer heraus. Wir Jungs lieben halt schnelle Autos und schöne Frauen, nicht wahr, Kumpel? Er machte eine Ghetto-Faust, boxte vorsichtig gegen eines der vorderen Stummelbeinchen und setzte Kalle auf den Boden. Der watschelte los und hinterließ einen wurmförmigen Köttel. Tom lachte auf, als er das sah, und warf sich zurück auf seinen Schreibtischstuhl. Dann wandte er sich abermals dem Bildschirm zu und startete ein neues Spiel. Da hast du seine Meinung dazu! Ich fand ein zerknülltes Papiertaschentuch in der Hosentasche und wischte Kalles Hinterlassenschaft damit auf. Meine Wangen fühlten sich heiß an, als ich mich wieder aufrichtete, was zumindest teilweise auf das Bücken zurückzuführen war, denn als schöne Frau hatte Tom mich bisher noch nie bezeichnet. Los, nun sag's ihm endlich, feuerte mich eine innere Stimme an. Hast du was? fragte Tom an den Monitorgewand, nachdem er einen schnellen Blick auf mich geworfen hatte. Ein Horn ertönte und einer seiner virtuellen Gefolgsleute rief, Macht euch bereit für den Kampf! Kalle ist ein traumatisiertes Tier und kein Spielzeug, das man auf Staubsaugern durch die Gegend fahren lässt. Kalle ist ein traumatisiertes Tier.